Rutsche, Dicke, Wichamada! Jetzt! Tja, da gäbs noch wen. Toll, wann kann sie hier sein? Ziemlich schnell. Das glaub ich einfach nicht. Oh, 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 oh. Sie ist perfekt. Reden verlangt künstlerische Freiheit, einen neuen Bandnamen und das Wichtigste, eine Freundlichkeitsklausel. Freundlich? Zu wem? Zu Casey. Keine Beleidigungen, kein Halt die Klappe, keine blöden Witze, bösen Blicke oder ironischen Kommentare. Also soll ich einen Maulkorb tragen? Über den Maulkorb verhandeln wir noch. Dann verhandle ich ebenfalls mit. Das ist meine Band und ich such den Namen aus. Ich bestimme die Musik und ich sage, wir sind nicht freundlich. Na gut, wenn das so ist, singst du eben selbst. Bereit zum Abrocken? Ich habe eben gereiert wie ein Weltmeister. Ach, das nenne ich Rock'n'Roll, Mann. Puh, also los. Puh, also los. I said it was over, but I never wanted it to land. Was soll ich denn das? Was soll ich denn so machen? Wir wollen die Elfen, sie rocken! Ja! Wisst ihr was? Sie rocken! Sie rocken! Sie rocken! Ich auch. Ja! Haut rein, Jungs! Eins, zwei, eins, zwei, drei! Woo! Muys roh! Sie rocken! Steining! Er, es ausück segsen動画 wagen. Und Shelley rocken! War auszug. Sie rocken! Sie rocken! игere Elfen und zwar nicht baby! Sie rocken! Ich teid! Puiske kichern! Sie rocken! Na 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 na